In diesem Video gehen wir zusammen in die schriftliche Heilpraktikerprüfung aus März 2004. Die Reihenfolge dieser Originalprüfungsfragen ist wie immer so angeordnet, wie ihr sie bei den großen Portalen in der Regel auch findet. Es macht Sinn, dass ihr eine Version dieser Prüfung auch für euch liegen habt, sodass wir gemeinsam da durchgehen können. Erste Frage, welche Aussage trifft zu den häufigsten Erreger eines akuten, unkomplizierten Harnwegsinfekts zu, es handelt sich um Escherichia coli. Das ist Darmbakterium, der häufigste Erreger. Alle anderen passen hier nicht dazu. Die STIKO empfiehlt bei gesunden Kindern unter anderem die Durchführung von Impfungen gegen Tuberkulose, BCG, schon seit Jahren nicht mehr. Hepatitis B, ja. Hepatitis C, geht nicht. Diphtherie, ja. Pneumokokken, heute, ja. Ja, 2004, glaube ich, war das noch nicht so, aber Pneumokokken sind heute definitiv mit drin. Hier empfehle ich immer, geht über die STIKO, RKI-Seite, gesund-impfen.de, glaube ich, ist auch so eine Seite. Könnt ihr euch die aktuellen Impfkalender mit anschauen, wo ihr genau seht, roter Viren, dann Pertussis, Diphtherie, Tetanus, Polio, geht das so runter. Windpocken sind nachher mit drin, was bei jungen Frauen nachher mit anderen Impfungen auch mit dazukommt, die wir Jungs nicht haben. Bei älteren Menschen kann man auch noch mal Herpes-Zoster nachimpfen und so. Also diese großen Impfpläne, die sollte man mal gesehen haben, um solche Fragen auch beantworten zu können. Diese Tuberkulose-Impfung, BCG-Impfung, da empfehle ich auch immer einmal über das Lübecker Impfunglück drüber zu lesen, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie sind die damals, vielleicht auch im Kontrast zu heute, überhaupt mit dem Thema Impfung umgegangen, was so eine Impfherstellung angeht, sehr interessant. Übertragung durch eine Tröpfeninfektion, passt dann eh jetzt zu roter Viren. Die sind Fäkal-Oral, Hepatitis C ist eher Geschlechtsverkehr oder auch Blut. Also gebrauchte Spritzenmaterialien. Clostridium perfringens, das ist der Gasbrand. Den haben wir weltweit im Boden und das ist dann eher so eine Verletzungsgeschichte über Haut, ist kein Tröpfchen. Listeria monocytogenes, die Listeriose, ist auch eine über quasi die Nahrung aufgenommene Lebensmittelvergiftung. Die Nisteria meningitidis, 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 also eine Minkokokken-Meningitis. Mein Gott, habe ich das klein geschrieben, ey. Die Minkokokken-Meningitis ist übertröpfende Infektion übertragen. Wichtig ist auch hier, kann viral oder bakteriell erfolgen, also grundsätzlich die Meningitis-Geschichten. Und die bakterielle Form ist in der Regel deutlich schwerwiegender als jetzt eine virale Form der Meningitis. Je nachdem, wo man hinkommt, so Frühsommer, Meningokokken, Encephalitis, kann man ganz gut impfen mittlerweile und muss man früh genug sein, dass man da entsprechend auch so eine Duo-Impfung noch mit unterbekommt. Also so kurz vorm Urlaub noch schnell zu Kinderärztin sagen, ah, wir werden nicht impfen. Das geht nach dem aktuellen Stand leider nicht. Bei einem Bronchial-Asthma kann ein plötzlicher, lebensbedrohlicher Atemnotfall auftreten. Durch welche Faktoren kann dieser ausgelöst werden? Psychische Stressfaktoren, allergische Reaktionen, Zigarettenrauch und andere Noxen, die auf die Atemorgane wirken können, richtig. Infekte können das Anfallrisiko erhöhen, körperliche Anstrengung. Alle Faktoren hier sind richtig, können das Risiko eines akuten Asthma-Anfalls entsprechend auch mitbringen. Welche Aussagen zu dem Auskultationsbefund des Abdomens treffen zu? Normalbefundlich hört man 40 bis 50 Darmgeräusche, das ist zu viel. Man hört so ungefähr 6 bis 10 in der Minute. 40 bis 50 pro Minute ist zu viel. Lauter und metallisch klingende Darmgeräusche sprechen für einen paralytischen Ilius, die sprechen für einen mechanischen Ilius. Das völlige Erlöschen aller Darmgeräusche ist typisch für den mechanischen Ilius. Das ist dann eher der paralytische Ilius, wo wir eine Darmlähmung haben. In der Regel durch eine Blutunterversorgung. Wir sind hier Realinfarkt und so. Zur orientierenden Bestimmung der Lebergröße kann die sogenannte Kratzauskultation durchgeführt werden. Hier geht man unter Auskultation mit einem Spatel entlang und kann dann über das Drüberkratzen die Lebergrenzen auch ein Stück weit erhöhen. Bei einem Aortenaneurysma kann man regelmäßig ein Stenosegeräusch auskultieren. Man hat nicht ein Stenosegeräusch, sondern man hat im Prinzip ein fortwährendes Strömungsgeräusch, aber kein Stenosegeräusch. Das macht wenig Sinn. Welche der Aussagen zu einer chronischen Hirndrucksteigerung sind korrekt? Es kann zu Kopfschmerzen kommen, psychischen Veränderungen, richtig. Stauungspapillen, ja. Weite Pupillen, ja. Erbrechen, ja. Alle Antworten sind richtig, die mit einer Hirndrucksteigerung einhergehen. Welche Aussagen treffen zu einer Hepatitis B zu? Sexuell übertragbar, richtig. Ausschließlich über Blut- und Blutprodukte übertragen? Nee, also sexuell und vor allen Dingen über Blut. Aber eben nicht ausschließlich über Blut- und Blutprodukte, wir haben auch die sexuelle Übertragbarkeit mit drin. Gegen Hepatitis B kann man sich aktiv und passiv impfen lassen, das ist richtig. Nach durchgemachter Hepatitis B sind die Menschen immer infektiös, das ist nicht so. Typische Krankheitssymptome sind Teerstuhle und heller Urin, das ist nicht der Fall. Also Urin, da haben wir schon mal so ein bisschen in die Richtung einer Proteinurin, so einen schaumigen Urin, wie wir den von der Proteinurin her kennen. Und der ist eher getrübt und der Stuhl ist eher so entfärbt bei der Hepatitis B, typischerweise so Lehmfarben, sagt man da auch gerne zu. Welche der Aussagen zur Tuberkulose treffen zu? Wird in der Regel durch Tröpfeninfektion übertragen? Das ist richtig. Wird durch eine Kombination mehrerer Medikamente behandelt? Auch das ist richtig. Ist nahezu ausgerottet? Leider nein. Das kann man so nicht sagen. Die Primär-Tuberkulose verläuft meist symptomlos, das ist richtig. Nach Ansteckung lässt sich die Diagnose durch eine Auskultation der Lunge stellen. Also diagnostisches Vorgehen ist natürlich komplex. Man kann jetzt nicht sagen, nur das ist ein hilfreicher Punkt, bei dem das Ganze funktioniert. Und unter anderem wird zum Beispiel röntgenografisch Thorax dargestellt, Bauchorgane werden dargestellt, dass man Überblick über die Lunge hat. Röntgenbild, CT kann man machen, Blutuntersuchungen, entsprechende Kulturanlegungen. Da gibt es sehr viel mehr Sachen als nur Auskultieren. Welche der Symptome, im Folgenden dargestellt, deuten auf den Botulismus hin? Botulinum, Toxinum. Man kann sich Botox nicht nur in die Stirn spritzen, sondern auch essen. Fieber ist eher untypisch beim Botulismus. Das Sehen von Doppelbildern ist eines der markanten Symptome, sowie auch Übelkeit. Eine Bewusstseinseintrübung, ja, aber nicht als Frühsymptom. Das sehen wir nicht so. Schluckstörungen hingegen deuten nachher auch wieder darauf hin, dass ein Botulismus vorliegen kann. Hat man aber auch jetzt nicht jeden Tag, also sehr selten geworden. Eine 22-jährige Studentin hat seit fünf Wochen ein bisher nicht gekanntes Leistungstief. Zuletzt trat eine heftige Menstruationsblutung auf. Sie sucht einen Heilpraktiker auf, der einen unauffälligen gynäkologischen Befund erhebt. Also Schwangerschaft ausgeschlossen, so ein Punkt. Extrauterine Gravidität muss man so ein bisschen im Auge behalten. Im kleinen Blutbild findet sich eine Anämie, eine Verminderung der Thrombozyten. Weitere Befunde, die erhoben werden, sind mäßige Milzvergrößerung. Blasse Hautfarbe. Petechen an beiden Unterschenkeln. Einblutungen. Welche weitere Untersuchungen müssen unbedingt veranlasst werden? Hormonstatus. Also ich finde, dass diese junge Dame vor allen Dingen internistisch abgeklärt gehört soll. Das ist jetzt beim Heilpraktiker zur weiteren Abklärung, darum geht es in der Frage aber nicht. Hormonstatus. Im Zweifel ja, weil wir die TSH, T3, T4 Werte gerne mal sehen wollen, was die Schilddrüse beispielsweise betrifft. Differenzialblutbild macht mindestens mal Sinn. Kalziumwert, Blutzuckerbestimmung, HB-Kontrolle. Ja, weiß ich nicht. Also eine HB-Kontrolle brauchen wir nicht, weil das ist ja schon im kleinen Blutbild mit drin. Das wurde ja, ich muss gerade nochmal die Frage reingehen, ein kleines Blutbild wurde ja angefertigt. Wir sehen Anämie, anämische Veränderungen und eine Verminderung der Thrombozytenzahlen. Eine Blutzuckerbestimmung ist im Zweifel auch im kleinen Blutbild per Labor schon mit drin. Aber auch hier haben wir jetzt keinen Hinweis, dass irgendeine Diabeteslage vorliegt. Kalzium haben wir eher andere Probleme mit da drin. Also der Hormonstatus ist mit Sicherheit sinnvoll, aber erstmal sollte ein Differenzialblutbild gemacht werden. Das ist mit Sicherheit das, was das Gesundheitsamt hier jetzt gerne sehen möchte. Und auch Hormonstatus für einen Heilpraktiker, da kann man mal dann das große Blutbild anstrengen. Ein 44-jähriger Mann klagt über Beschwerden wie Herzklopfen, Herzrasen, Schlafstörungen, Hitzewallungen, Nervosität, eine allgemein verringerte körperliche Belastbarkeit. Ihnen fällt eine psychomotorische Unruhe mit feinschlägigem Tremor auf. Nicht grobschlägig, feinschlägig. Welche Erkrankungen passen hier am besten? Verengung der Herzkranzgefäße, wenn es symptomatisch ist, in Form einer Angina pectoris oder allgemein KHK, eher Belastungsschmerzen, die dann auftreten. Tumor des Nebennierenmarks, sogenannte Pheochromozytom. Da bestehen diese Beschwerden durchaus, aber vor allen Dingen bei einer zunehmenden körperlichen Belastung im Sinne der panikartigen Symptomatik. Das heißt, psychomotorische Unruhe, feinschlägiger Tremor, also die anderen Symptome passen da nicht zu. Schilddrüsenüberfunktion als Hyperthyreose passt zum gesamten Symptombild dazu. Die Neurofibromatose unter Funktion der Nebenniere als Morbus Addison. Wir nehmen die Schilddrüsenüberfunktion. Dieser Patient sollte entsprechend laborparametrisch auf TSH-T3-T4-Werte untersucht werden. Also Schilddrüsenabklärung, Personografie, das gehört in die Hände vom Internisten, mindestens besser Endokrinologen, der das Ganze dann auch richtig ausdiagnostizieren kann. Bei einem morphinabhängigen Patienten im Morphinrausch wird in erster Linie folgendes Phänomen charakteristisch beobachtet. Sehr enge Pupillen, richtig, der Rest ist falsch. Wir haben ja nur eine einfache Auswahl. Also bei akut, Morphin drin, enge Pupillen, Atemdepressiv, Obszipation, typische Merkmale. Nachher, wenn wir die quasi Absetzsymptomatik haben von Morphinpräparaten, dann sehen wir eher auch geweidete Pupillen. Wir haben Unruhe, wir haben Schlafwachstörungen mit da drin. Also andere Antwortmöglichkeiten, Kataplexie, so ein kurzdauernder Spannungsverlust der Muskulatur, Hypersexualität, Kontrollwahn, Größenwahn. Nein, also wir sehen typischerweise eine sogenannte Miosis bei den Patienten, die Mithriasis als Weitstellung. Die taucht dann nicht so oft auf. Welches Symptom passt am ehesten zu einer depressiven Episode? Gesteigerter Appetit im Kontext des somatischen Syndroms kommt es erst zu einem Appetitverlust. Ideenflucht ist markant für die Manie, das passt nicht zur depressiven Episode. Interessensverlust ist ein typisches Phänomen für eine Depression. Die Überaktivität, vermindertes Schlafbedürfnis, das spricht alles wieder eher für eine manische Episode. Das macht das andere wenig Sinn. Dann, maligne Erkrankungen sind in den westlichen Industrienationen die zweithäufigste Todesursache. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Sekretausscheidungen aus der Mumille bei einer 50-jährigen Patientin sind im Rahmen der Hormonumstellung als normal anzusehen. Nein, die sind absolut abklärungsbedürftig. Eine familiäre Belastung als Risikofaktor für ein Mammakarzinom konnte bisher wissenschaftlich nicht beobachtet werden. Doch wir haben familiäre prädispositive Faktoren. Als Risikofaktor gilt unter anderem ein vorangegangenes Mammakarzinom der Brust. Richtig. Typische Lokalisationen für Fernmetastasen beim Mammakarzinom können Knochen, Leber oder Pleurer sein. Richtig. Auch junge Frauen können ein Mammakarzinom bekommen. Auch das ist richtig. Dann, ein Kind hat versehentlich einen ätzenden Haushaltsreiniger getrunken. Nicht gut. Welche, auch sehr erstaunlich, wie oft Kinder so einen Sicherheitsverschluss mit Leichtigkeit öffnen können. Sie lassen das Kind sofort größere Mengen Milch trinken. Nein. Sie lassen das Kind größere Mengen Salzwasser ertrinken, um ein Erbrechen auszulösen. Nein, das machen wir nicht mehr. Auch keine Zuckerlösung zum Erbrechen. Sie versuchen vorsichtig, die Reste des Mittels aus dem Mund auszuspülen. Richtig. Sie geben dem Kind auf dem Weg ins Krankenhaus den Reiniger mit, damit die Ärzte sich ein Bild der Lage machen können. Richtig. Sie halten die Atemwege frei, falls das Kind von selbst anfängt zu erbrechen. Das ist richtig. Da kann man nur zur Seite stehen. Sofort Rettungsdienst alarmieren. Giftnotruf wählen. Im Zweifel die Feuerwehr 112. Entsprechend dann auch den Giftnotruf darüber noch weiterleiten lassen. Das ist sinnvoll. Welche der im folgenden genannten Maßnahmen darf ein Heilpraktiker bei seinen Patienten durchführen? Akupunktur bei Morphinabhängigkeit. Massagen bei muskulären Verspannungen. Gynäkologische Untersuchungen bei Verdacht auf Uterusmyom. Keine Geburtshilfe leisten. Außer im Notfall. Aber gynäkologische Untersuchungen bei Verdacht auf Uterusmyom dürfen wir machen. Psychotherapie bei Panikstörungen. Logo, Schwangerschaftstest. Na ja, wenn die Frau das nicht selber kann, dann kann das auch der Heilpraktiker machen. Die sogenannte Schüttellähmung, also Parkinson-Syndrom, ist eine häufige Erkrankung des fortgeschrittenen Lebenshalters. Die klassische Symptom-Trias besteht aus Hypokinesie, Rigor, Tremor. Was haben wir hier? Muskelschlaffheit, Muskelsteifheit, Hypokinesie, Bewegungsarmut bis zur Bewegungslosigkeit, genau, Hypokinesie, Rigor, grobschlägliches Gliederzittern, Tremor haben wir mit drin. Genau, das feinschläge Gliederzittern ist es nicht. Wir haben schon diesen grobschlägigen Tremor mit da drin. Dann, folgende Erkrankungen können bei einem Kleinkind akute Bauchschmerzen auslösen. Das ist ganz interessant. Vor allen Dingen auch Mittelohrentzündungen können sich bei Kindern fast ausschließlich über Bauchschmerzen zeigen. Sehr interessant. Ein Mekonium Ilius. Das Mekonium ist ja der erste Stuhlabgang. Ein Ilius ist dann quasi der Darmverschluss. Das macht jetzt weniger Sinn. Blinddarmentzündung, ja, virale Gastroenteritis, klar, als Gastroenteritis sowieso. Eine angeborene Pylorus-Stenose. Popora, Schönlein, Henoch ist eine allergische Gefäßreaktion. Das passt dann eher wieder. Also, ich würde Mekonium Ilius in angeborene Pylorus-Stenose nach hinten schieben. Und daher sind richtig, können bei einem Kleinkind akute Bauchschmerzen auslösen. Blinddarmentzündung, die virale Gastroenteritis und das purpurer Schönlein-Henoch-Syndrom. Beim bösartigen Lymphknotenkrebs, also Hodgkin, gibt ja Morbus Hodgkin und Non-Hodgkin-Lymphome, treten allgemeine Erscheinungen auf zu diesen Zellen. Nächtliche Temperaturregulationssteuerung mit Körpertemperaturen unter, nee, Fieber, ja. Gewichtszunahme, nee, Gewichtsabnahme, ja, Nachtschweiß. Das ist diese typische B-Symptomatik. B-Symptomatik Trias aus nächtlichem Schwitzen, Gewichtsabnahme und wir haben hier noch das Fieber entsprechend mit dabei. Das passt tatsächlich dazu, dieser typischen B-Symptomatik bei Morbus Hodgkin. Bei diesen Nachtschweißattacken reden wir nicht davon, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man schwitzt ein bisschen, sondern man darf zweimal in der Nacht Schlafanzug und Bettwäsche wechseln. Das ist schon krass. Vor allem die Gewichtsabnahme, ja. Immunglobuline sind, sie werden zur aktiven Impfung eingesetzt, sind wesentlicher Teil der unspezifischen Abwehr, sind spezifisch, sie werden von den Plasmazeilen gebildet, ja. Die Immunglobuline M sind Plazentagängig, nee, das ist das Immunglobulin G. Sie gehören zur zellulären Abwehr, nee, das ist spezifische Abwehr. Also Immunglobuline ist ja quasi jetzt ein anderer Begriff für Antikörper. Das sind Proteine, entsprechend aus der Klasse der Globuline, die bei uns als Wirbeltiere, als Reaktionsprodukte von besonderen Körperzellen entsprechend das Immunsystem mit aufbauen. Die Plasmazellen bilden entsprechende Immunglobuline und die werden dann, unterteils gibt es die IgG-E, IgG-M, IgG-G, Immunglobuline, ne, gibt ganz viele unterschiedliche. Da solltet ihr mal ein Video anschauen, was die ganzen Immunglobuline vielleicht einmal zusammenfasst mit entsprechendem Hinweis. Vielleicht mache ich da nachher noch eins zu, könnt ihr euch das angucken. Welche der Aussagen treffen zum Herzklappenfehler zu? Entwickeln sich typischerweise aufgrund einer Myokarditis, nee, typischerweise auf Basis einer Endokarditis, das Endokard ist befallen und dann kommt es typischerweise zu den Herzklappenfehlern. Aufgrund einer Klappenstenose kommt es zu Blendelblut, nee, aufgrund einer Klappeninsuffizienz kann es zu Pendelblut kommen. Bei Klappenerkrankungen ist am häufigsten die Trikuspidalklappe betroffen, nee, Mitral- und Aortenklappe sind am häufigsten betroffen. Besteht eine Aortenklappenstenose, so ist ein harter, hämmernder Puls zu tasten. Bei einer Aortenklappenstenose oder auch Aortenstenose, abgekürzt, kommt es vor allen Dingen zu Symptomen wie einer blassen Gesichtshaut, niedriger Blutdruck, verkleinerte Amplitude ist mit drin, also so ein verkleinerter Pulsdruck, den wir da haben. Also ein hämmernder Puls macht wenig Sinn. Auskultativ im Bewusstkorb haben wir auch ein Systolicum, ein systolisches Herzgeräusch, das nach dem häufig abgeschwächten Erstens und vor dem zweiten Herzton entsprechend auftritt, der bis über die Aortenregionen in die Karitiden fortgeleitet wird. Das ist ganz interessant, da sollte ich auch mal ein Video drüber machen. Gelegentlich ist da auch so ein vierter Ton als Extraton zu hören, ein interessantes Phänomen. Also hier, achso, bei einer Mitralstenose kommt es zu einer Drucksteigerung im linken Vorhof, das ist richtig, das ist die einzige richtige Aussage. Dann, was trifft zur diabetischen Polyneuropathie zu? Andererseits ist Polyneuropathie auch häufig bei Alkoholkonsum zu sehen bei den Leuten. Die diabetische Polyneuropathie ist durch die Schädigung der großen Blutgefäße bedingt. Es beginnt ja quasi, betrifft die Blutversorgung des peripheren Nervensystems. Und da haben wir dann motorische Einschränkungen, sensible Einschränkungen. Und das geht dann quasi so radial von außen nach innen. Also wir haben nicht die Dermatome, die betroffen sind, sondern ab der quasi distalen Ebene, wo es körperfern an den Fingern und Füßen gleichzeitig in der Regel auch anfängt, also auch symmetrisch, links, rechts meine ich, entweder beide Hände oder beide Füße. Und wir haben quasi von distal, möglichst seit weg Richtung proximal, geht das dann so radikulär oder handschuhförmig, streift sich das dann weiter. Und sie kann sich als periphere Polyneuropathie mit Sensibilitätsstörung, Schmerz und Lähmung äußern. Richtig. Es können Paresen der Augenmuskeln mit Doppelbildern auftreten. Richtig. Vermindertes Vibrationsempfinden ist ein Frühsymptom. Vibrationsempfinden mit der dicken Stimmgabel. Diabetische Polyneuropathie tritt nun Folge eines Diabetes mellitus Typ 2 auf. Nee, wir haben andere Ursachen, die quasi das Ganze auch mitbedingen können. Welche der Aussagen zum hemolytischen Ictorus treffen zu? Die Lebensdauer der roten Blutkörperchen ist verlängert. Die ist beim hemolytischen Ictorus verkürzt. Die Lebensdauer der roten Blutkörperchen ist verkürzt. Ja, Stuhl entfernt, das ist normal. Die Erythrozytopoese ist gesteigert. Das ist richtig. Also die Neubildung der roten Blutkörperchen ist dabei in der Regel gesteigert. Ja. Welche der folgenden Aussagen treffen bei Schizophrenie zu? Sie ist eine Erkrankung aus der Gruppe der Psychosen. Das ist richtig, ICD-10-F2-Kategorie. Es bestehen unter anderem Veränderungen des Denkens und des Antriebs im Vordergrund des Krankheitsbildes. Ja, vor allen Dingen eine paranoide, halotinatorische Schizophrenie haben wir halt Wahninhalte, formale Denkstörungen. Bei der hebephrenen Schizophrenie haben wir eher Negativsymptomatik, tritt was früher auf, so im Teenager-Alter schon. Sogenannte Negativsymptome wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, Verflachtung oder inadäquate Affekte können bestehen. Gerade bei der hebephrenen Form oder nachher beim sogenannten schizophrenen Residuum. Schaut euch am besten auch die ganzen Prüfungsvideos Heilpraktiker, Psychotherapie an. Da kommt das dauernd, solche Fragen. Die Denkstörung des Schizophrenen kann sich in Zerfahrenheit äußern. Sondern es ist eine der dann prädominierenderen formalen Denkstörungen, also eine Denkstörung, die den Ablauf des Denkens betrifft. Der Bezug des Betroffenen zur Realität ist gestört. Schizophrenia, Spaltungsirr sind abgespalten sein von der Realität. Nicht diese Vorstellung, in einer Persönlichkeit leben plötzlich zwei. Sondern es ist dieser Realitätsbezug, der gestört ist. Welche der Aussagen zur Ösophagustreffen zu? Ein bösartiger Speiseröhrentumor wächst frühzeitig in das umliegende Bindegewebe. Das kann schnell passieren, richtig. Risikofaktor für eine Krebsentstehung sind langjähriger Alkohol- und Nikotinkonsum sowie chronische Erkrankungen der Speiseröhre. Also so eine chronische Refluxösofagitis kann dann nachher in so ein Barrett-Syndrom übergehen. Typische Beschwerden bei einem Ösophagus-Divertikel sind Sodbrennen und saures Aufstoßen, hauptsächlich beim Bücken und Liegen. Beim Ösophagus-Divertikel, wo wir so eine Ausstülpung der Speiseröhre haben, kommt es typischerweise zu gurgelnden Geräuschen beim Trinken von Flüssigkeit und zur Regurgitation, also Wiederaufstoßen von unverdautem und unangedautem Speiseröhre. Also das ist quasi, der ist nicht sauer, weil er kommt ja so aus der Tasche da unten raus. Komplikation an der chronischen Refluxösofagitis sind Blutungen, Narbegefänge und Maligne-Entartung, richtig. Die Speiseröhre hat eine eigene Peristaltik, kann den Nahrungsbrei aktiv in den Magen schieben, ist richtig. Man kann ja auch im Handstand trinken, das ist der Beweis. Das haben wir alle bei der Sendung mit der Maus gesehen, wie Armin einen Kopfstand macht und Traubensaft trinkt. Die Zelle beinhaltet einen Nukleus, richtig, ein Ganglion? Nein. Ein Ganglion hört sich ähnlich an wie Nukleus und Nukleolus. Aber ein Ganglion ist ja quasi eine Wucherung, die in der Regel aus dem Gelenkspalt oder aus dem Seenansatz herauskommt. Der Golgi-Apparat gehört dazu, das Mitochondrium gehört mit dazu, das Kraftwerk der Zelle, richtig. Ein Hypomochleon, das ist ein Kraftübertragungspunkt, könnte man vielleicht sagen. Haben wir im Körper auch ein paar von, eher so ein physikalischer Begriff. Ist aber nicht Teil der Zelle. Da hat sich wahrscheinlich jemand gedacht, wir suchen mal noch andere griechisch sich anhörende Begriffe, die wir da rein... Bei einer 75-jährigen Patientin stellen Sie subkutun am rechten Unterschenkel einen spontan schmerzhaften, druckempfindlichen, derben Venenstrang fest. Okay, oberflächlich, Venenstrang, derb, schmerzhaft, druckempfindlich, das spricht für eine Thrombophlebitis. Die Haut darüber ist erwärmt und gerötet, sprich für eine Thrombophlebitis. Was sind therapeutische Maßnahmen als zu empfehlen? Fibrinolyse, strenge Bettruhe macht man generell kaum mehr, man versucht schnellstmöglich zu mobilisieren. Kompressionsverband kann man als therapeutische Maßnahme mit einbringen, Antikoagulation mit was auch immer. Mit einem Coumarin-Derivat, Makumar, das sollte man mal überlegen, aber das steht jetzt gerade nicht als therapeutische Maßnahme im Vordergrund. Rasche Mobilisierung, ja, das ist natürlich jetzt auch gerade ein Krankheitsbild, wo der Heilpraktiker gar nichts mit am Hut hat. Das ist direkt Facharzt für Internistik, Phlebologie, Venenheilkunde, sollte sowieso alles erstmal abgeklärt sein. Was ja jetzt gerade diese Entzündung der oberflächlichen Venenapparate dann auslöst. Aber hier ansonsten Kompressionsverband Rasche Mobilisierung. Eine erhöhte Eiweißausscheidung im Urin, auch besser bekannt als Protein-Uri, findet sich immer bei banalen Harnwegsinfekten? Nein. Geht immer mit einer Erniedrigung der Eiweißkonzentration im Blut einher? Kann, muss aber nicht. Also wir haben beim nephrotischen Syndrom die große Symptom Quadratur, das sind vier, nicht drei, erhöhte Eiweißausscheidung. Wir haben eine quasi Eiweißerniedrigung im Blutplasma, wir haben eine Veränderung der Blutfettwerte und wir haben entsprechend auch eine Ödemneigung. Man kann auch einen fünften mit dazu nehmen, Hypertonie, auch ganz gerne. Also wir haben beim nephrotischen Syndrom eine Protein-Uri und eine Erniedrigung von Eiweißkonzentrationen, aber es muss nicht immer miteinander korrelieren. Kann auch ohne Krankheitswert vorkommen, richtig. Also wenn du einfach irgendwie Kraftsport betreibst und achtest auf eine hochwertige und hoch angesetzte Proteinzufuhr, dann musst du ja irgendwie die Proteine ausscheiden, die dein Körper nicht zum Muskelaufbau nutzt. Kann auch bei Erkrankungen außerhalb der Harnwege auftreten, das ist richtig. Ist immer auf eine Störung der glomerulären Permeabilität zurückzuführen. Also immer bei diesen immer, nie, auf jeden Fall, immer aufpassen. Welche der Aussagen zu Diabetes mellitus treffen zu? Typ 1 mehr als 50% der Fälle Insel-Auto-Antikörper zu finden. Das ist richtig. Der Typ 1 Diabetiker kommt bei bestimmter Lebensweise, Lebensweise ohne Insulin aus? Nein, weil der Typ 1 Diabetiker den in der Regel angeborenen quasi Insulindefizit hat und ohne Insulin kein Zucker in der Zelle und so. Also typische Symptome eines manifesten Typ 1 Diabetes sind Polyuridurst, Gewichtsverlust, richtig. Also wir haben vermehrten Harndrang, entsprechend auch vermehrten Durst und entsprechend Gewichtsverlust. Teilweise 7, 8, 9 Liter Wasser, die die dann am Tag trinken. Pathogenetisch spielt beim Typ 1 Diabetes eine herabgesetzte Insulinwirkung bzw. Insulinresistenz eine Rolle. Das ist typischerweise der Typ 2 Diabetes. Der Typ 2 Diabetiker leidet häufig unter weiteren Störungen und Erkrankungen des menopolischen Systems. Komorbid gehen mit Typ 2 viele weitere Erkrankungen her. Scharlach. Scharlach ist eine plötzlich auftretende akute Kinderkrankheit. In der Regel mit einem Hautausschlag, der vor allem im Alter von 4 bis 7 Jahren noch auftritt. Durch bakterielle Infektionen oder ist eine bakterielle Infektion. Durch Bakterien hervorgerufen. Beginnt nach der Inkubationszeit von 1 bis 3 Tagen. Relativ kurz. Typischerweise mit Fieberschüttelfrost, Erbrechen, Rachenentzündung, Pharyngitis. Nach 1 bis 4 Tagen zeigt sich da noch so ein charakteristischer Ausschlag mit so dicht beieinander stehenden Stecknadelkopf großen, intensiv rot gefärbten Flecken, die dann auftreten. Wir haben gegen Scharlach keinen Impfstoff. Seit immer noch nicht. Auch 2004 war das der Fall. Auch heute ist das der Fall. Covid-19, zack. Da ist der Impfstoff. Wir haben ihn. Er muss nur überall noch durch die Phase 3. Außer in Russland. Es gibt ein paar Sachen, die kann man sich einfach nicht aussuchen. So wie Corona auf der Welt oder den russischen Präsidenten. Da haben wir keine Wahl. Ursache für diese, das hatte ich mir noch herausnotiert, fand ich ganz interessant, dass man noch keinen Impfstoff hat, liegt in der Vielfältigkeit dieser A-Streptokokken-Gruppe, woraus Scharlach entsprechend auch resultiert. Also relativ kurze Inkubationszeit und auch nach relativ kurzer Zeit haben wir auch so ein typisches Scharlach-artige Exanthem. Scharlach ist eine virale Infektionserkrankung der Tonsillen? Nein, bitte hemolysierende Streptokokken. Scharlach ist häufig durch die Symptomkombination Exanthem, Hals- und Schluckschmerzen, Fieber, Himbeer-Zunge gekennzeichnet. Manchmal sagt man auch Erdbeer-Zunge dazu. Scharlach hat eine Inkubationszeit von 10 bis 14 Tagen. Wir haben es gerade gesagt, deutlich kürzer. Kann unbehandelt zu streptokokkenallergischen Nebenerkrankungen wie akute Glomerulonephritis, Endokarditis, Myokarditis und rheumatischen Fieber führen. Ja. Das Scharlach-artige Exanthem ist gekennzeichnet durch grobfleckigen, konfluierenden Ausschlag. Nee, ganz kleinfleckig, intensiv rot. Dann, welche der aufgeführten Symptome sind typisch für einen Patienten mit Bronchiektasen? Also den quasi Erweiterungen der Bronchialäste, die man so erstmal mit heutigen Maßnahmen noch nicht zurückführen kann. Und ganz typisch dafür, wir kürzen ab, das sogenannte maulvolle Sputum, Exudat, dreischichtig, wo wir dann die Flüssigkeit haben, den Schaum haben, den Schleim haben, wo man dieses vor allem morgens reichlich, morgendliche Auswurf im Glas sammelt, damit der Heilpraktiker sich das auch mal gegens Tageslicht angucken kann und sagt, dreischichtiges Sputum. Ja. Sie messen die Beweglichkeit eines Kniegelenks nach der neutralen Nullmethode mit Extension, Flexion, 10, 10, 0. Hier besteht eine Versteifung und 10 Grad der Extension. Also hier wichtig, bevor ich jetzt in dieses komplexe Untersuchungsmodell Knie reingehe. Knie wird häufiger abgefragt. Wir sollten auch in den Untersuchungsmethoden grundsätzlich eine gewisse Sicherheit haben. Auch da werde ich Videos zu machen, weil ich da auch einfach Bock drauf habe, alle Untersuchungsmöglichkeiten in Ruhe vorzustellen. Keine Angst, Auskultation zeige ich bei mir selbst. Ich trainiere mir noch ein Sixpack an und dann habt ihr auch was zu gucken. Ja, da solltet ihr euch nicht jetzt mal auf einen kurzen Kommentar verlassen, wie untersucht man das Knie-Schubladen-Phänomen, Menisken-Untersuchung, tanzende Patella etc. pp. Das machen wir vernünftig, das machen wir kleinschrittig in einem eigenen Video. Der Spreizfuß verursacht typischerweise Schmerzen unter den Köpfen, den Mittelfußknochen 2-4. Das ist richtig, alle anderen sind falsch. Auch jetzt ein Krankheitsbild, was man jetzt nicht so oft in so einer Praxis hat. Aber auch da, ich würde mir ganz ehrlich an eurer Stelle zu jedem dieser typischen Krankheitsbilder, wo man denkt, was ist das denn nochmal? Ja, schaut beim Lukas erstmal, ob der ein Video mit drin hat, guckt euch das Video in Ruhe an, dann habt ihr schon mal zumindest Wikipedia-orientiert die wichtigsten Infos an Bord. Wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch immer noch mit dem Psyrembel hinsetzen und da großartig... Ist noch die Steinlaus im Psyrembel mit drin? Weiß das jemand? Schreibt es mal in die Kommentare. Die Steinlaus hat es doch, glaube ich, mal in dem Psyrembel geschafft. Wer weiß, wovon ich rede. Ja, es war ein großartiger Mann. Bei einer plötzlich zusammengebrochenen... 20... Zusammengebrochen? Zack. 20. Besucherinnen eines Freiluftkonzerts. Die wussten damals schon, es kommt Corona. Stellen Sie folgende Symptome fest. Benommenheit, also eine Vigilanzstörung. Benommen, somnolent, so porös, Koma. Benommenheit, erste Stufe der Vigilanzstörung. Kaltschweißige Haut, Pulsfrequenz um 56. Könnte ja fast sogar sein, dass wir hier eine anorektische Leistungssportlerin als Patientin haben. Systolischer Blutdruck unter 100 mmHg, Herzaktion regelmäßig. Das ist schon mal gut. Welche Diagnose ist am wahrscheinlichsten? Sinusknoten-Syndrom, Six-Sinus-Syndrom. Nee, 20-jährige Besucherin eines Freiluftkonzerts, Aorten-Stinose. Nee. Hyperventilationstetanie ist nicht ganz uninteressant, weil wir tatsächlich hier eine junge Patientin haben, die wir hier eben beobachten, nachdem sie zusammengebrochen ist. Eine Hyperventilationstetanie geht ja durch das schnelle Schnaufen dann in eine entsprechende Elektrolytverschiebung auch mit rein, wo es dann zu den krampfartigen Verschiebungen kommt. Und das kann nachher in einer kurzen Bewusstlosigkeit auch münden. Das ist ja dann quasi so das, was der Techniker an der Hotline einem immer empfiehlt, wenn das Internet nicht funktioniert. Starten Sie mal den Router neu. Das macht der Kopf bei Hyperventilationstetanien genauso. Ich weiß noch gar nicht, ob Sie das schon wussten. Vasovagale-Synkope, die macht da mehr Sinn. Tubenruptur bei Extra-Uterien-Gravidität, starke Unterleibsschmerzen, teilweise Blutungen. Das macht wenig Sinn. Also Hyperventilationstetanie ist jetzt, also als ich im Rettungsdienst die Ausbildung gemacht habe, da wurden dann schon mal so Fragen gestellt. Sie kommen zum Unfallort und finden einen Patienten vor, der ist halbseitig gelähmt und hat einen Querschnittslähmung empfinden, aber da nehmen die Leiter vor. Was ist passiert? Ja, der hatte einen Schlaganfall, ist deshalb von der Leiter gefallen, hat sich dabei dann einen Querschnitt zugezogen und deshalb kann der nur noch ein Körperviertel bewegen. Boah, ich hatte auch ein bisschen Schiss vor der praktischen Prüfung. Aber das Coole war, ich hatte einen Kollegen am Start, der war richtig fit, der kam aus Baden-Württemberg, der war schon Rettung gefahren als CV, der ist irgendwie schon drei Monate und dann ist der nochmal da in die Ausbildung mit rein. Da war der schon, der war so erfahren und ich habe gesagt, hier kannst du nicht bei uns Unfallopfer machen oder was auch immer, Patient, der so, ja, ist klar. Und der hat mir, ohne dass die Prüfer das mitbekommen haben, in dieser praktischen Prüfung zugeflüstert, ja nicht, was ich machen soll, aber ich wollte den in eine stabile Seitenlage bringen, der hatte eine Brille noch an und dann schlüsselte er so, Brille, Brille, Brille. Nicht so, so, ich nehme jetzt erstmal bei den Patienten die Brille ab, weil bevor ich den jetzt in die stabile Seitenlage drehe, müssen wir darauf achten, dass ich dem nicht weitere Verletzungen zuführe, ja, Herr Bender, wenn Sie das sehen, seien Sie mir nicht böse. Ich weiß sowieso nicht mehr, wer ich bin. Boah, wenn ich überlege, ey, diese Akademie, wo ich damals war, das war eine ehemalige Bundeswehrkaserne aus, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und da ist dann so mein alter Verein ist da rein, ey, wir haben im Rettungssanitäterlehrgang, hier meine Kumpels und ich, mit denen ich da Zivi damals gemacht hatte, das war sehr, sehr stereotyp, legendär alles, haben wir in der ehemaligen Wohnung des Hausmeisters, dann sind wir untergekommen, haben wir gewohnt. Wir hatten ein Schlafzimmer, da waren zwei Doppelbetten drin, wir hatten sogar einen eigenen Fernseher, wir hatten sogar eine eigene Küche mit Kühlschrank, wir waren die absoluten Kings und der Oberhammer war, neben dem kleinen Nachteil, dass die Toilette eine Glastür hatte, das war immer ein bisschen strange, wir hatten eine eigene Dusche auf dem Zimmer, die war jetzt zwar in der Küche mit integriert, was ein bisschen komisch war, aber man macht nur einmal Zivildienst, soweit ich weiß. Welche der Symptome sprechen am ehesten für eine organische Darmerkrankung und gegen ein Reizdarmsyndrom? Druck und Völlegefühl nach den Mahlzeiten, zwei bis drei dünnflüssige Darmentleerungen kurz nach dem Frühstück, Beimengen von Schleim zum Stuhlgang, das ist eher ein Hinweis auf eine Infektionserkrankung, zum Beispiel mit einem Parasit oder auch jetzt Colitis ulcerosa, blutig-schleimige Durchfälle, nächtliche Diarrhoen, die den Patienten aus dem Schlaf aufwecken, das ist nicht mehr Reizdarm, das ist dann, dass irgendwie irgendwas den Körper wirklich ärgert. Besserung des abdominalen Drucks und Völlegefühl nach einer Darmentleerung, das spricht wieder eher für ein Reizdarmsyndrom. Uns wird ein fünfjähriges Mädchen zur Beurteilung der motorischen Entwicklung vorgestellt. Welche Entwicklungsstände sind ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr altersgerecht? Dritter Lebensmonat, Kopfhebel in Bauchlage, ist okay. Achter Lebensmonat, frei sitzen, ist okay. Zwölfter Lebensmonat, frei stehen, ist okay. Vierundzwanzigster Lebensmonat, also zwei Jahre, 20 Schritte alleine gehen, das ist nicht mehr regelgerecht. Fünftes Lebensjahr kann eine Treppe nur mit festhalten, am Handlauf gehen dann an. Also die Frage ist ja, wann ist der letzte Zeitpunkt einer regelgerechten Entwicklung, das wäre jetzt hier zwölfter Monat, frei stehend. Bei der Palpation des Augapfels, zur orientierenden Prüfung des Innendrucks, sind hier so Glaukom, Beschichte grüner Starr, Hingwinkel Glaukom, Druckprüfung, steinharter Bulbus, doppelseitig, immer wichtig zu überprüfen. So Regenbogenfarben sehen ist häufig so ein Hinweis auf einen erhöhten Augeninnendruck. Wird mit dem Daumen von vorne auf die Pupille gedrückt. Ist wegen der Verdrängbarkeit des Augapfels in der Orbiter eine Rückenlage des Patienten unabdingbar? Ne, ist egal. Ein akutes Glaukom ist keine Indikation, da bei dieser keine Konsistenzveränderung des Bulbus zu erwarten ist. Doch, der wird ja ganz steinhart. Ist der Seitenvergleich wichtig? Richtig? Soll die Hornhautoberfläche im Regelfall betäubt werden? Nein, also geht es ja auch nicht hin und macht so. Du gehst halt hin, machen sie mal die Augen zu und dann kann man halt leicht drücken und dann merkt man ja. Also. Was ist bei einem uremischen Koma im Endstadium einer chronischen Niereninsuffizienz am ehesten zu erwarten? Acetongeruch der Ausatemluft. Das ist so Fötorexore, Diabetes mellitus. Hyperkalzämie. Ja, mal eher so bei der Hyperparathyroidismus. Hyperkalämie. Das macht Sinn, weil die Nieren die Kaliumrückresorption nicht mehr richtig durchführen können. Metabolische Alkalose, Obszipation. Nein, nein. Also Hyperkalämie würden wir am ehesten erwarten, wenn ein Patient in einer chronischen terminalen Niereninsuffizienz nicht mehr dialysiert ist und so. Patient hat eine tiefe Beinvenenthrombose und klagt über plötzliche Einstadium, eingesetzte Atemnot mit Schmerzen, enge Gefühle in der Brust. Na ja, der hat offensichtlich eine Lungenembolie. Da steht er auch. Es handelt sich offensichtlich um eine Lungenembolie. Der Patient ist voll ansprechbar. Das ist gut. Das habe ich auch anders erlebt. Welche Symptome sind wahrscheinlich vorhanden? Eine Bradipnoe? Nicht Pnoe. Muss ich auch erstmal lernen. Nach 15 Jahren Notfallrettung, dass es nicht Pnoe, sondern Pnoe heißt. So sagt zumindest der Duden. Der Arzt draußen weiß, auch wenn du sagst, der ist dyspnoeisch. Dann sagt er auch, ja, ich weiß, was du meinst. Er sagt nicht, dyspnoeisch kenne ich nicht. Ich kenne, meinen Sie dyspnoeisch? Nee, sehr mit dyspnoeisch. Ja, Bradipnoe, nee, der wird eher tachypnoetisch sein. Bradikadie, der wird eher einen schnellen Herzschlag haben, um das Blutdruckdefizit auszugleichen. Ein schneller Herzschlag, wenig Blutdruck, der kompensiert das Ganze so ein bisschen, weil wir haben ja das Problem Lungenembolie. Blut geht aus dem Körperkreislauf Richtung Lunge, staut sich aber die ganze Zeit zurück, weil das linke Herz ja immer weiter gegen den Widerstand pumpt. Und auch gerade unter Reanimation bei Lungenembolie-Patienten typischerweise sich aufstauende Halswehen. Da hatte ich einen Einsatz, den ich auch so im Kopf behalten werde, wo wir wirklich da, war nachts, viertel vor zwölf, also nicht so spät, aber der Lukas, der wollte eigentlich schon schlafen gehen. Ich glaube, ich habe schon gepennt und dann bin ich mit Basti dahin gefahren. Und wir haben beide, wir haben nachher darüber gesprochen, hatten das Gefühl, dass wir uns beim Eintreten in das Schlafzimmer, wo die Frau lag, der Mann hatte uns die Tür aufgemacht, der war total fettig mit allem, weil seine Frau ist halt gerade gestorben. Und dann kommen wir hoch und wir hatten beide den Eindruck, die Frau, die so halb sitzt und im Bett so noch saß, dass sie uns schon angeschaut hat. Und der Kollege, der ist mein absoluter Top-Kollege, der war so, ich habe mich so wohl gefühlt, wenn ich mit dem fahren dürfte. Der war so safe mit allem, der sofort, jo, Renovationsbereitschaft herstellen, da wussten wir direkt sofort. War auch schon mit alarmiert, aber wir waren zuerst da. Und wir hatten beide den Eindruck, sie hat uns noch irgendwie angeschaut. Und dann ist aber so das Leben aus ihr gewichen. Also sie war dann einfach bewusstlos, nur reanimationspflichtig. Und dann haben wir eine, also mein Spannmann und ich, wir haben echt geil reanimiert. Kann man nicht anders sagen. Der Notarzt, der hat sich mit der Notarzt-NIF-Fahrerin fast gekloppt. Also sie hätte ihm beinahe wirklich eins voll in die Visage gehauen. Da war irgendwas vorher passiert, wo ich, aber der Kumpel und ich, wir haben richtig gut reanimiert. Wir haben uns sowieso immer gut verstanden. Finde ich echt schade, Basti. Lass mal irgendwie, lass doch mal RTW fahren. Das war lustig. Da haben wir uns echt gut verstanden. Arterielle Hypotonie ist zu erwarten. Wenn wir arteriell quasi das Problem haben, wir haben einfach diesen, ja wir kommen ja nicht weiter. Ist das ein großes Problem und dann macht das Herz irgendwann schlapp. Die Zyanose, wir haben Luftnot, wir haben Angst mit dabei, absolut. Die machen dann wieder Sinn. Wo sind wir denn? Hier. Ein 53-jähriger Mann will das Sprechzimmer betreten, aber die Türschwelle scheint eine fast unüberwindbare Barriere zu bilden. Die Türschwelle ist entweder ein wahnbehafteter Patient oder einer, der eine Parkinson-Ide-Störung hat. Die Ehefrau hilft ihm darüber, geht mit langsamen kleinen Schritten weiter. Die Arme liegen im Körper gebeugt und bewegen sich nicht nach dem Sitzen. Ja, und so weiter und so fort. Depression, Korea Minor, Südenham. Also hier, guck, das ist der alte, komplette Name. Korea Minor, Südenham. Nee, Parkinson-Syndrom, das passt. Kleinhörnsyndrom, Multiple Sklerose, nee, Parkinson-Syndrom, das passt am ehesten. Was in dem Rahmen der Hydrotherapie am ehesten als Kontraindikation für ein thermoneutrales medizinisches Vollbart betrachtet? Irgendwas, immer wenn irgendwas Akutes ist, irgendwas nicht abgeklärt ist, irgendwas dekompensiert ist, wird nichts therapiert, außer der Arzt, der therapiert, der dann freie Entscheidungsmacht hat, was er therapieren möchte. Weichteil-Rheumatismus, Analexem, Dermatomykosen, klimakterische Beschwerden, dekompensierte Herzinsuffizienz. Das ist eine Kontraindikation gegen ein medizinisches Vollbart. Welche Aussage trifft zum Morbus Scheuermann zu? Der Morbus Scheuermann ist eine Wachstumsstörung der jugendlichen Wirbelsäule. Also wir sehen das bei den Heranwachsenden häufig, wo es in dem Kontext zu schmerzhaften Fehlhaltungen nachher kommt, im Wirbelsäulenbereich. Und es gibt auch so ein paar schöne Testverfahren, wo man die hat, im Seitenvergleich, Schwierigkeiten, was so die Achsensynchronität im Rücken angeht. Meist sind Frauen im gebärfähigen Alter betroffen? Nee. Also erstmal vorrangig männliches Geschlecht und dann halt reife Ausbildung der Wirbelsäule, also so mittlere Teenager-Zeit eigentlich rum. Bei schweren Verlaufsformen kommt es zu einer fixierten Kyphose. Das ist richtig, wir haben eine Kyphose-Entwicklung im Rückenbereich, die dann fixiert ist. Und wir haben dann quasi so im Brustwirbelsäulenbereich so einen ordentlichen Buckel mit da drin. Über 90% der Betroffenen geben spezifische Beschwerden an. Das ist eine eher unspezifische Kiste, weshalb das auch häufig im ersten Anlauf nicht direkt richtig diagnostiziert wird. Prognose ist in der Regel schlicht, nee, es betrifft ja die Entwicklung der Wirbelsäule über die Wachstumszeit. Und mit so 20, 21, wo halt in der Regel spätestens nichts mehr weiter wächst, was so Knochenfugen und so angeht, kommt es ja auch zum Stillstand dieser Störungsform. Da muss man ja gucken, Krankengymnastik und so weiter, wie kann man Patienten helfen. Operation ist in den meisten Fällen therapeutisch notwendig? Nee, also man arbeitet mit physiotherapeutischen Maßnahmen, man kann eine Korsettanlage machen, man kann Sport mit einbinden und es muss nicht immer operiert werden. Ein 16-jähriger Patient berichtet, vor zwei Wochen einen fieberhaften Infekt gehabt, sondern klagt aber immer noch über Durst, obwohl er genügend trinke, sowie Müdigkeit. Das ist jetzt ein Indiz für den Einsetzen im Diabetes. Wir stellen Gewichtsverlust fest. Untersuchen des Blutplasmas. Serum sollte in erster Linie durchgeführt werden. Calcium, Magnesium, Harnsäure, Glucose, Protein. Also da würde ich jetzt grundsätzlich erstmal, also was heißt Blutplasma? Die erste Maßnahme ist direkt gucken, so wie ist er jetzt gerade, um direkten Wert zu haben. Und dann würde ich, ich persönlich auch nicht übers, gut ich bin jetzt Notfallrettung geprägt, so mir ist egal, was sie nachher in der Klinik machen, ich muss den da vernünftig abliefern. So, aber die in der Klinik gehen natürlich auch direkt aufs Blutplasma. Beim Hausarzt würde man jetzt wahrscheinlich erstmal den morgens nüchtern einbestellen, Glucosotoleranz-Testung machen, wie bei einer Schwangeren auf ein Gestationsdiabetes, also ein Schwangerschaftsdiabetes. Und man würde erstmal morgens schon mal messen und nüchtern Blutzuckerwerte über 100 Milligramm pro Deziliter sind quasi Diabetes wegweisend. Ein nüchtern Blutzuckerwert von über 126 Milligramm pro Deziliter ist eigentlich schon Diabetes beweisend. Nur so über 100 sagt man erstmal, was ist denn da los, da gucken wir mal und über 126 weiß man schon, okay, hier stimmt wirklich was nicht. Dann sieht man auch spätestens im Glucosotoleranz-Test, was da los ist. Beim 16-Jährigen wird auch eher beim Normalgewichtigen noch so ein verspäteter Typ 1 dann quasi einsetzen. Typ 2 bei stark Übergewichtigen kann das auch schon 16-Jährigen treffen, ansonsten ist der Typ 2 mit der Insulinresistenz, nicht Resistenz, Resistenz, ja eher das Problem der vorangeschrittenen Gesellschaft vom Alter her. Eine typische inhaltliche Denkstörung ist die Wahn-Idee. Die kommt in der Mitte. Die Ideenflucht ist eine formale Denkstörung, betrifft also den formalen Ablauf des Denkens. Das Gedankenabreißen ist formal, die Denkverlangsamung ist formal, die Perseveration ist normal, normal, ja, formal. Perseverationen sind das Ausfüllen von Erinnerungslücken durch eigene Fantasiebestandteile, bei der Protagonist das gar nicht so mitbekommt. Also die Wahn-Idee ist die typische inhaltliche Denkstörung. Welche der aufgeführten Krankheiten darf ein Heilpraktiker unter Beachtung des §24 Infektionsschutzgesetzes behandeln? Also der §24 umreißt ja quasi, was darf der Heilpraktiker, was darf er nicht? Und der §24 nimmt Bezug auf IFSG 6, auf IFSG 7 und so. Auch großes Video, was ich da noch für euch mit anbiete, wo man wirklich mal in die Tiefe geht. Da hilft auch nichts anderes als einmal komplett auswendig lernen. §6 finde ich doch okay, §7 ist halt wirklich, würde ich ehrlich gesagt auch auf Lücke lernen. Also was darf ich oder was darf ich nicht behandeln? Was darf man behandeln? Eine Lampliasis ist, nee, §7 ausgeschlossen. In 7 sind die Erreger, in 6 sind so die Krankheitsbilder drin. Autoimmunhepatitis kann ich, Colitis ulcerosa darf man auch. Kuhfieber ist wieder §7 und die Oxyuriasis ist eine Magenwurm-Infektion, aber so die unkomplizierteste mit den kleinen Würmchen, die wir so haben, die darf ich tatsächlich auch, da gibt es keinen Ausschluss nach IFSG, meines Wissens. Typische Symptome bei der Manie, Selbstzweifel, nein, Ideenflucht. Also Manie ist eigentlich ein relativ einfaches Krankheitsbild. Einfach soll jetzt nicht heißen, dass der Leidensdruck nicht hoch ist bei den Leuten, aber so zum Lernen. Guck dir Trump an, der ist seit vier Jahren auf einem manischen Trip. Ich denke, er wird wiedergewählt im November. Ich denke, er wird wiedergewählt, weil wenn die Amerikaner das seit vier Jahren nicht verstehen, warum sollten sie es jetzt vor der Wahl plötzlich verstehen? Denkst du auch, der wird wiedergewählt? Schreib es mal in die Kommentare. Und schreib mal in die Kommentare, wenn es dann passiert ist, dass du sagst, hey, Lukas, der ist wiedergewählt worden. Ich persönlich freue mich, wenn Donald Trump wieder Präsident wird, weil ganz ehrlich, wenn ich mich nicht freue, wird das im Zweifel ja trotzdem. Also ich freue mich lieber am Leben, als wenn ich mich nicht freue. Ideenflucht, typische formale Denkstörung. Bei der Manie, Müdigkeit, Suizidgedanken, sehr untypisch für einen manischen Zustand. Beschäftigungsdrang, das passt wieder zur Manie. Der lageunabhängige Rückenschmerz wegen der frühen Morgenstunden der Nachtruhe ist besonders typisch. Lageunabhängige Rückenschmerz, vor allen Dingen tiefsitzende Kreuzschmerzen, ist Spondylitis Ankylosans. Der Morbus Bechteriff, ganz typisch. Statisch bedingte Wirbelsäulenerkrankungen, Spondylatrose, da ist der Spondylitis Ankylosans. Spondylose, Spondylitis Tuberkulosa. Das ist auch gemein, dass die so diese ganzen Spondyl machen und dann Spondylitis Ankylosans. Wir kennen das alle unter Morbus Bechteriff. Kombination von Anlaufschmerz, Belastungsschmerz, Ermüdungsschmerz und Endphasenschmerz. Typisch für die Arthrose. Chronische Polyarthritis, Arthritis UWK. Bei der Gicht tritt die auf. Arthritis Psoriatica. Psoriasis geht tatsächlich nicht so oft auf die Gelenke, aber kann bei jedem Patienten, sollte man austesten. Arthrose. Polymyalgiarheumatica hat andere Beschwerden. Das ist typisch Arthrose hier. Eine Hypoglykämie weist am ehesten hin. Auf eine Kussmaulatmung weist darauf hin. Die kommt bei der Hyperglykämie typischerweise. Also Kussmaul ist tiefe Atemzüge, die vor allen Dingen bei Entgleisungen vom Säurebasenhaushalt auch mit vorkommen können. Fötorexore. Das ist ein unangenehmer Geruch der Ausatemluft. Das haben wir auch bei der Hyperglykämie. Eine Hyperhidrosis. Hyper, zu viel Hidrosis, das Schwitzen. Feuchte Haut. Das ist hypoglykämisch. Die sind unruhig, kaltschweißigkeit, hypotone Muskulatur. Wenn die so ganz schlaff ist, das ist eher hyperglykämisch. Hatte ich mal in meiner Zeit als Betriebssanitäter im Phantasialand. Da kam eine ältere Reisegruppe aus älteren Menschen, die aus dem Pflegeheim kamen. Dann haben die da Ausflug gemacht. Dann sitzt ich in der Sani-Station und guckte durch die Gegend. Meistens habe ich, wenn ich nichts zu tun hatte, immer BWL-Zeug gelernt. Und mich irgendwie anders weitergebildet. Aber irgendwann saß ich dann so und klopzt. Und ich sage, was ist los? Dann wird so eine Frau reingefahren, total vollgekotzt von oben bis unten. So, was haben sie dann gemacht? Ja, mir ist es irgendwie nicht so gut. Ich sage, ich sehe es. Vorerkrankung. Also, es ist halt typisch so. Was für Medikamente nehmen sie denn? Dann kommen die immer mit ihrem Medikamentenplan, mit den letzten Arztbriefen, die dann die Pflegerin auch schon in der Mathe dabei hat. Ich sage, Diabetes war ihnen vorbekannt. Ich sehe da jetzt nichts in der Liste. Und sie so, nö, eigentlich nicht. Da haben wir mal gemessen. Der war, ich glaube, 412 oder so. Da war ein gutes Gerät, dass er es überhaupt noch darstellen konnte und nicht einfach nur High anzeigt. Der war sehr hoch. Da habe ich auch gesagt. Also, sie sind gerade so hyperglykämisch entgleist. Ich kann sowieso nichts für sie machen. Ich rufe jetzt einen Rettungswagen. Das muss im Krankenhaus einmal so abgeklärt werden. Nö, junger Mann, mir geht es eigentlich ganz... Und dann kam schon die nächste Ladung wieder raus. Das war ganz interessant. Sowieso, ich habe da so viele, so coole Sachen erlebt. Für die bin ich echt auch Phantasialand dankbar, Rettungsdienst und so. Cooler Laden. Fahrt ins Phantasialand. Pradikadie. Ne, passt nicht zur Hypoglykämie. Das ist eher, also nicht so Hypos, das ist eher hyperglykämisch. Die Bifurcatio-Trachea. Bifurcatio-Trachea, also Luftröhrenaufgabelung. Die ungefähr hier liegt. Liegt beim jungen Erwachsenen am ehesten in der Höhe des vierten bis fünften Brustwirbels. Das ist das fünfte Halswirbel, viel zu hoch. Siebter Halswirbel. Vierter bis fünfter Brustwirbel. Hier ungefähr der Höhe. Sternadelansatz, erster Rippe. Bei einem älteren Mann besteht eine Gynäkomastin. Als Ursache kommen wir erst in Betracht Langzeiteinnahme von Folsäure. Nein, ich habe gehört, dann wandelt man sich eher zum Fohlen. Also es gibt ja Leute, die haben Angst, dass wenn sie Impfungen bekommen, die zum Beispiel auf Hühnereierbasis entsprechend dann ja auch in den Fabriken hergestellt werden, dass sie dann Hühner werden. Wenn man Folsäure nimmt, wird man zum Fohlen. Alles klar. Leberzirrhose. Das ist eine typische Erkrankung, wo es zu hormonellen Veränderungen kommt, sodass uns Männern dann Brüste wachsen oder es zu einer sogenannten Bauchglatze kommen kann. Morbus Edison, Pheochromozytom, Hyperthyrosen in dem. Wann kommt es zu einem primä-diskontinuierlichen Darmbefall? Bei welcher Erkrankung? Abschnittsweise Darmbefall. Die Colitis Ulcerosa betrifft als chronisch entzündliche Erkrankung vor allen Dingen Dickdarm. Pseudomembrane. Das hat jetzt eher was mit erosiven Ausschlägen auf Schleimhäuten zu tun. Pseudomembrane. Das macht irgendwie jetzt gerade wenig Sinn. Morbus Crohn ist die typische Erkrankung, die alle Segmente, auch teilweise nicht nur einen Segmentbereich im Verdauungsbereich, sondern auch mehrere parallel zwischen Mund und After befallen kann. Eine Amöbenruhe. Habe ich heute Morgen noch ein Video darüber gemacht. Cool. Eine Amöbenruhe ist, nee, das passt weniger. Das macht eher so Magendarm-Symptomatik und der, wir haben keinen diskontinuierlichen abschnittsweisen Darmbefall. Kolonkarzinom. Nein, nein. Da haben wir Morbus Crohn. Passt am ehesten. Die 28-jährige Patientin, die zu Ihnen in die Praxis kommt, klagt über anhaltende Diarrhoe, sekundäre Aminorrhoe. Eine sekundäre Aminorrhoe heißt, hat die Regelblutung schon gehabt. Gerade mit 28 sollte man das schon mal gehabt haben als Frau. Ist aber jetzt quasi ausgeblieben. Deutliche Gewichtsabnahme in der Sprechstunde. Auffällig ist natürlich erstmal die Frage, ist der Schwangerschaft ausgeschlossen, wenn die Aminorrhoe besteht. Anhaltende Diarrhoe. Tja, was könnte das denn sein? Eine Hyperthyreose? Ja, eher als eine Hyperthyreose. Morbus Cushing. Morbus Edison. Hyperparathyreoidismus? Nee, also hier passt am ehesten tatsächlich relativ plump die Hyperthyreose am einfachsten. Ein elfjähriger Junge klagt nachts über plötzlich eingetretene starke Schmerzen im linken Hodensack. Das ist ganz typisch eine Hodentorsion, also eine Achsdrehung des Hodens. Auch Video zu. Müssen wir nur gerade noch gucken. Das kann tatsächlich mitten in der Nacht bei zahlreichen Patienten, ist das der Fall, ich glaube über 50% kommt es einfach so, mitten in der Nacht, zack, ist ein Notfallbild. Sollte ganz rasch entsprechend auch urologisch abgeklärt werden. Eine akute bakterielle Nebenhodenentzündung, direkter Leistenbruch, akute Apendizitis, Nebenhoden, Tuberkulose. Das macht alles keinen Sinn. Es besteht ein Hodenhochstand links. Der Hodenhochstand links hat damit wahrscheinlich erstmal nichts zu tun, weil der Hodenhochstand, der sowieso bei einem elfjährigen Jungen einfach nicht bestehen sollte, heißt ja, dass wir einen Hoden nicht im Hodensack haben. Und durch eine Hodenstildrehung haben wir nicht unbedingt plötzlich einen Hodenhochstand. So, nächste Frage. Beraten eine gesunde junge Frau mit Kinderwunsch? Die Patienten hatten in der Zeitung etwas von einer Prophylaxe mit Folsäure gelesen. Ist immer gut, wenn Leute was in der Zeitung lesen und dann in die Praxis kommen. Ich möchte von Ihnen hierzu nähere Auskünfte haben. Die prophylaktische Gabe von Folsäure dient in erster Linie der Vermeidung von Entwicklungsstörungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Jo. Die prophylaktische Gabe von Folsäure ist eine einfache Auswahl, alle anderen sind falsch. Die prophylaktische Gabe von Folsäure dient in erster Linie der Vermeidung von angeborenen Bauchwanddefekten. Es geht um Neuralrohrdefekte. Die prophylaktische Gabe von Folsäure dient in erster Linie der Vermeidung eines angeborenen Speiseröhrenverschlusses. Als Prophylaxe empfehlen Sie 4 mg Folsäure pro Tag bis zum Ende der Schwangerschaft? Das wäre ein bisschen viel. Es gibt Femibion-Fertigpräparate mit Kombinationspräparaten. Da ist noch ein bisschen mehr drin, was die Schwangere so braucht heutzutage. Der Vorsäurebedarf steigt zum Ende der Schwangerschaft an. Er ist am Anfang am höchsten, dann flacht er langsam ab. Welches der im folgenden genannten Gelenke ist ein Sattelgelenk? Der menschliche Körper hat nur eine Form eines Sattelgelenks und davon hat er dann zwei in der Regel im Körper. Und das betrifft den Daumen. Er kann nach vorne, sitzt dann so ein Sattel auf dem anderen drauf. Und kann dann quasi in der Rotationsachse und dann in der Rotationsachse. Also die meisten von euch werden Daumen haben und wissen, so ist ein Sattelgelenk. Hüftgelenk, nee, proximales Handgelenk, Daumenwurzelgelenk, 1, richtig, also wo, hier, Daume. Karpometakarpalgelenk, richtig, 1, Ellenbogengelenk, ist das typische Scharniergelenk, was man hier in dem Gelenk, dann nur so, Knie ist typischerweise auch Scharniergelenk. Radioulnargelenk, das ist ja, nee, nee. Hm, wo sind wir? Beriberi wird verursacht durch einen Mangel an Vitamin A, nein, Vitamin B1, Thiamin. Beriberi, das fand ich so schön, das hatte ich mal gesehen im Japanischen, gibt es dafür quasi auch so ein Übersetzungswort, das heißt Kacke. Muss man auch so drauf kommen. Das ist ein Krankheitsbild, was mit Nervenentzündungen, Ödem und Herzerweiterung anhergeht und kommt halt durch einen Thiaminmangel, also Vitamin B1, Unterversorgung. Das Vitamin B1, Thiamin, ist im Körper für die Umwandlung von Kohlenhydraten, unter anderem Energie notwendig, also relativ wichtiges Ding. Was entsprechend dann auch nachher bei einer, ja, Hypovitaminose oder A-Vitaminose, es ist gar nichts da, was dahin sein sollte, haben wir große Störungen im Glucosestoffwechsel, die Muskeln sind betroffen, Nervenzellen betroffen, das kann tatsächlich zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Beriberi wird durch Vitamin B1-Mangel induziert, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin K, nee, nee. Welcher der im folgenden genannten Laborbefunde findet sich bei chronischer Blutungsanämie bis MCH erhöht, nee, das ist schon mal immer falsch, erniedrigt, ja, Retikolytenzahl erniedrigt, ja, Serum-Eisen-Konzentration erhöht, nee, das macht keinen Sinn. MCH erniedrigt, ja, Retikolytenzahl erniedrigt, ja, Serum-Eisen-Konzentration erniedrigt, jo, das passt für einen Laborbefund bei einer chronischen Blutungsanämie, sehr gut. Die anderen Fragen habe ich, zwei Stück habe ich rausgenommen, weil die anfechtbar waren, beziehungsweise ein Bild mit drin hatten, glaube ich. Ja, wunderbar, haben wir die auch geschafft. Wenn ihr dazu Fragen habt, ich sage es immer gerne zum Ende auch nochmal, wer so lange durchgehalten hat, der weiß sowieso, was ich jetzt sage. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Fragen an mich, an Inhalte, an Krankheitsmodelle, an Erfahrungswerte habt. Immer her damit, Kommentare, direkte Nachricht, WhatsApp, auf meiner Internetseite, alles zu finden. Ich freue mich, von euch zu hören. Papa? Da kommt Mupi. Ja! Ich bin hier oben. Hast du ja weggelaufen. Also, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.